Zur allgemeinen Lage, nach den starken Regenfällenereignissen in Niedersachsen und auch deutschlandweit hat die Hochwasserlage in Deutschland extreme Ausmaße angenommen, so wie bei uns auch in Niedersachsen. Es sind derzeit mehrere Kreisfeuerwehrbereitschaften landesweit im Einsatz. Der Landkreis Wittmund wurde gestern vom Innenministerium beauftragt, eine Kreisfeuerwehrbereitschaft zu entsenden. Einsatzort wird sein Haaren an der Ems. Unser Auftrag ist es, Sandsäcke zu befüllen, Sandsäcke zu verbringen, Sandsäcke zu verbauen und die Deichverteidigung mit zu unterstützen, damit wir dementsprechend Herr der Lage werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir mit unseren Einsatzkräften ca. 24 Stunden im Einsatz sein werden und wir gehen auch davon aus, dass wir die Silvesternacht im Einsatzraum verbringen müssen. Sandsäcke 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 Sandsäcke